Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem letzten Teil der Super Slicer Einstellungen. Heute schauen wir uns die Druckeinstellungen an. Habt ihr die Filamenteinstellungen und die Druckeinstellungen verpasst, könnt ihr das gerne in der Playlist von unserem Super Slicer nachschauen oder wir verlinken sie euch gerade hier im Video. Zusätzlich würden wir uns natürlich gerne über ein Like oder ein Abo vom Kanal freuen. Wie gesagt, wir starten jetzt zu den Druckeinstellungen. Das Ganze setzt sich hier nochmal aus verschiedenen Kategorien zusammen. Ich werde jetzt nicht auf jede Einstellung tief eingehen. Ich werde euch die grundlegenden Einstellungen, die ich benutze, einmal zeigen. Habt ihr aber Fragen, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Möchtet ihr was tiefer sehen, dann lasst uns das wissen. Wir schauen uns das an und versuchen euch das zu erklären. Ich bin heute wieder in der Super Slicer Version 2.4.5.8.2. Das ist noch eine Beta-Version, aber die hat schon schöne neue Funktionen und ich bin da fleißig am Testen. Wir beginnen jetzt hier mit Perimeters in Shell. Als erstes sehen wir hier oben die Konturen. Das heißt, die Außenwände steht jetzt auf vier. Die Objekte, die hier liegen, mal Slicer. Sehen wir hier, wir haben vier Außenwände. Möchtet ihr das Objekt jetzt verstärken. Dann könnt ihr hier zum Beispiel das Außenwände einbauen und hier sehen wir hier das Ganze jetzt sechs Außenwände. Als nächstes können wir hier den Spiral-Vasen-Modus auswählen. Das heißt, hier werden verschiedene Sachen gesetzt. Ihr seht es hier. Stetigt das mit Ja, dann setzt er alles automatisch. Ihr könnt das jetzt Slicen. Ja, wahrscheinlich der Extruder-Buddy wirft mir jetzt hier was ab. Können wir das hier mal Slicen und ihr seht gleich, wenn ich hier die Vorschau aktiviert habe, dass der Würfel nur noch eine Außenwand hat. Soll quasi eine Außenwand gedruckt werden und das so, dass man auch kaum eine Naht sieht. Ist natürlich für Objekte, die was aushalten sollen, nicht so förderlich. Daher setze ich das wieder zurück. Ja. Einmal den Spiral-Vasen-Modus zurück. Alles zurücksetzen. Zack. Zack. Könnt ihr oben wieder. Und da sind wir wieder beim Standard. Ich lege nochmal das andere Objekt drauf. Dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was anderes sehen. Dann als nächstes haben wir hier die massive Schichten. Das sind, wenn ich jetzt das Objekt zählte, dass man massive Schicht ist einmal oben. Sind fünf Layer. Wenn ich jetzt hier mit der Pfeiltaste, ihr seht hier, ich bin hier oben auf Layer 150 und Höhe 30,4. Ich kann jetzt mit den Pfeiltasten einfach hoch und runter gehen. Wenn ich jetzt fünf Layer hochgehe, seht ihr, das sind die fünf Schichten. Das Ganze finden wir auch unten. Wenn ich jetzt auf den Layer 1 gehe, beginnt ab Layer 6 auch das Infilter. Das heißt, fünf massive Schichten. Möchtet ihr jetzt was ändern, müsst ihr natürlich auch die minimale Schalenstärke verringern. Das heißt, stellt ihr hier drei Schichten ein und die Schalenstärke ist noch auf 1. Habt ihr trotzdem die ersten fünf Layer eine massive Schicht. Das heißt, ihr müsst hier auch das Ganze anpassen auf 0,6. Wenn wir das jetzt sleißen, haben wir nur auf den ersten drei Schichten das Ganze. Also, wenn ihr hier umstellt, müsst ihr das automatisch anpassen. Hier unten steht auch noch mal eine kleine Umrechnung drin. Stell ich das jetzt auf fünf. Sagt er mir hier, die obere Schale und untere Schale sollte ein Millimeter sein. Das stelle ich noch zurück. Dann passt das. Wie ergibt sich das Ganze? Das ergibt sich natürlich hier aus eurem Layer-Höhe. Kommen wir gleich dazu. Als nächstes haben wir hier noch mal ein paar Einstellungen. Hier ist eigentlich nur Finwalls interessant. Das heißt, das sind so kleine Wände, die hier drin sind. Ich slice mal und schaue mal, ob wir hier welche haben. Wenn ihr hier slicet, das Objekt, habt ihr hier Merkmalstypen. Hier unten könnt ihr das im Dropdown noch auswählen. Und hier haben wir Finwalls. Das heißt, es sind welche drin. Wenn wir hier jetzt alles mit Linksklick einmal abwählen, haben wir irgendwo die Finwalls. Wenn wir hier durchgehen, sollten wir eigentlich irgendwo die Finwalls sehen. Kann natürlich sein, dass das jetzt so ein kleiner Part ist, dass wir es nicht sehen. Oder beziehungsweise ein schöner Vorführeffekt ist. Ich slice nochmal. Ob wir sie finden. Kann natürlich sein, weil es hier 0% ist. Ich hatte das eben schon mal gemacht. Hier sehen wir, hier sind sie jetzt. Mit dem einen Objekt ist hier ein ganz minimal, auf Layer 70 wird was gedruckt, ganz minimale Füllung. Die könnt ihr entscheiden, ob das wollt oder nicht. Standardmäßig ist es aktiviert, um das Objekt einfach stabiler zu machen und zwischen Räume zu füllen. Overlapping Perimeter habe ich hier ein bisschen erhöht. Ihr seht es hier, überall wo das Schloss quasi blau ist, ist das nicht der Standardwert mehr. Das heißt, ihr könnt hier, ihr seht es auch, Standardwert ist false, das heißt deaktiviert. Ich habe es aktiviert, um einfach das Ganze ein bisschen stabiler zu machen. Probiert euch einfach aus, slice drum und ihr seht dann meistens, dass sich irgendwas verändert. Overhangs hier habe ich ausgelassen. Was hier noch hier unten interessant ist in der Sektion, ist eigentlich hier Gap-Fill. Das heißt, es werden Lücken gefüllt, wenn wir uns das Objekt jetzt nochmal ansehen. Slicen wir nochmal. Sehen wir insbesondere hier unten zum Beispiel solche weißen Streifen. Das sind jetzt Lücken, die entstehen. Machen wir jetzt den Gap-In-Fill aus, ist diese Lücke, soweit ich das noch im Hinterkopf habe, nicht mehr gefüllt. Ihr seht es hier, hier ist jetzt nichts drin. Das heißt, die Außenwand ist quasi nach innen hin nicht mehr so gestützt und verliert natürlich dadurch, dass hier nur eine Außenwand ist, ein bisschen an Stabilität. Macht ihr die Gap, die Lückenfüllung oder ja, macht ihr wieder an. Dann seht ihr das Ganze hier, hier auch mit Lückenfüllung. 10 Minuten, wenn wir es ausmachen, waren es glaube ich ein paar Sekunden. Das ist ganz interessant. Als nächstes hier Siem, das ist die Naht hinten. Ist auch sehr interessant. Das Objekt liegt jetzt auch im 45-Grad-Winkel hier drauf, hat auch den Hintergrund, die Naht ein bisschen zu verstecken. Wenn wir das jetzt in der Slicing-Preview uns anschauen, lassen Sie es mal ganz berechnen, können wir hier unter Option Nähte einschalten und hier sehen wir jetzt überall, wo Nähte sind. Im 45-Grad-Winkel sehen wir, die Nähte sind hier relativ versteckt. Würden wir das jetzt anders drehen, nochmal 45 Grad, sind die Nähte dementsprechend an einer anderen Stelle. Das heißt, die sind alle nach hinten ausgerichtet. Ich stelle das Objekt nochmal schräg. So könnt ihr quasi, wenn ihr unten anhakt, eure Naht immer ausrichten. Wenn ihr denkt, oh, die sitzt aber jetzt ungünstig, genau auf dem Blickwinkel, den ich von vorne sehe, dann könnt ihr hier das Ganze auswählen. Ihr könnt das natürlich auch, wählt jetzt auch nochmal manuell was, hier Z-Nähte auf das Bauteil aufmalen. Können wir aber vielleicht auch getrennt mal uns anschauen. Hier unten habe ich jetzt quasi nichts aktiviert. Genau, hier ist auch nichts Interessantes jetzt dabei. Wichtig als nächstes hier in der Slice-Sektion eure Layer-Höhe. Ist bei mir 0,2 und die erste Schicht ist natürlich ein bisschen dicker. Kommt auch erstmal auf eure Nossel an und dann auf, ja, vielleicht kann ich das Detailgrad nennen. Es gibt auch Leute, die drucken hier mit 0,16. Da weiß ich aber gerade nicht, wie dick man den First Layer macht. Könnt ihr euch einfach probieren. Die Slicing-Auflösung habe ich hier auf dem Standardwert gelassen, wie auch schon in den letzten Videos. Wenn ihr hier drüber habt, bekommt ihr einen Tool-Tip. Da steht unten einmal der Standardwert und der Parameter-Name drin. Hier in dieser Sektion ist ganz interessant die XY-Kompensation. Das heißt, druckt ihr einen Würfel und der passt maßhaltig nicht. Das heißt, ihr habt irgendwo Abweichungen. Könnt ihr das hier eingeben. Tastet euch einfach mit den Werten ran. Hier habe ich jetzt minus 0,1 drin. Stehen einfach mal zum Testen. Von meinem First Layer ist jetzt kein Muss. Also schreibt hier nicht die Config ab. Testet einfach, wenn der Drucker bei euch läuft. Lasst die Einstellungen so, wie sie sind. Slicing-Modus kann man hier auch ein bisschen was umstellen und beschneiden aus mehreren Schichten. Ist standardmäßig auch auf ein. Beschneiden von Objekten aus mehreren Teilen so. Ist ja auch standardmäßig ein. Das heißt, hier das habe ich an. Aber auch das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass ich hier etwas ändern muss. Als nächstes auch wichtig für den Infill. Könnt ihr erstmal auswählen, wie viel Infill ihr haben wollt und welche Muster. Wenn wir uns das Objekt jetzt einmal anschauen. Ich mache nochmal schnell Würfel hier rein. Slicen wir. Sehen wir hier den Top-Infill. Der ist monotonisch. Wenn ich jetzt Decke zum Beispiel Hybrid Curved mache. Sehen wir gleich. Das sieht ganz krass aus. Wir müssen natürlich auch bedenken, dass der Drucker dann ganz wilde Fahrbewegungen macht. Auf monotonisch Filt ist das bei mir ganz cool. Weil er sich jetzt hier auf der Y-Achse befindet und fährt das dann quasi ab. Könnt ihr euch auch gerne probieren. Ich benutze gerne diese Einstellung. Hier ist natürlich der Infillgrad. Wie stabil soll das für euch innen sein? Wenn wir jetzt hier sehen, ich habe es auf 40% und wir schalten das jetzt hier auf 10%. Dementsprechend wird das Infillmuster herunterskaliert. Könnt ihr euch gerne rantasten. Den Infill könnt ihr auch hier direkt ändern. Oder hier im Menü. Sonst zu beachten wäre vielleicht noch Ironing. Wenn ihr bei der Infillmuster Decke zum Beispiel bügeln benutzt. Dann ist hier unten das Ironing interessant. Wird jetzt auch quasi entkraut. Das bügeln heißt, ihr fährt mit der heißen Nossel nochmal über den Top-Layer oder Bottom-Layer drüber. Und ihr könnt das hier bearbeiten. Dann wird das frei, wenn ihr euch fragt, warum ist das hier immer ausgekraut. Als nächstes Skirt und Prim. Skirt ist, wenn ihr seht, diese Schleifen hier außenrum. Dann, wenn wir die erhöhen, erhöht sich auch die Anzahl der Schleifen nochmal. Schleifen minimal. Genau. Auch ganz interessant ist, wenn ihr hier den Windschutz aktiviert. Windschutz bedeutet, er zieht hier so einen Kreis drum. Wenn ihr zum Beispiel PLA druckt und der Drucker steht jetzt im Raum, wo ein Fenster drauf ist oder viel Windbewegung, kann das zu Warping führen. Das heißt, es ist ein Temperaturunterschied, wo sich das Druckteil dann von der Platte abhebt. Ist ganz sinnvoll, dann auch einen Windschutz zu benutzen. Und drei Linien. Gucken wir mal. Ah, ihr seht es jetzt hier, er hat jetzt hier ein paar Linien mehr gemacht. Drei und drei, sechs. Sagen wir mal hier nochmal auf Null. So, dann, klar, wenn ihr was druckt, Distanz vom Objekt, könnt ihr entscheiden, wie nah soll das Skirt hier dran sein. Randbreite ist das Prim. Wenn wir das jetzt hier so hinlegen, das heißt, es wird eine Verbindung zum Objekt geschafft, um einfach die Haftung zu erhöhen, dass sich der Würfel hier nicht abhebt. Ihr könnt natürlich auch Prim Ears aktivieren. Das heißt, er setzt hier in einem gewissen Winkel kleine Prims an. Ihr seht es hier, er setzt jetzt hier nur auf die Ecken die Prims, dass zum Beispiel nur die Ecken angehalten werden. Das ist ganz sinnvoll, wenn man vielleicht ein Bauteil hat, wo man nicht komplett einen Prim später abziehen will. Dann setzt man das einfach nur an bestimmte Punkte, spielt hier ein bisschen im Winkel rum. Das Ganze wird sich dann auch ändern. Das war's jetzt hier mit dem ersten Teil nach der Sektion Skirts & Brim. Im nächsten Teil machen wir mit dem Stützmaterial weiter. Habt ihr bis dahin Fragen, lasst es uns gerne in den Kommentaren oder auf dem Discord wissen. Dann können wir das Ganze nochmal näher erklären und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Binge. 6. 5. Binge. 5. 8.